Ereignisse, Politik und Weltgeschehen römische Konsulen sind C. Plautius Venu und T. Manlius Imperiusus Torquatus. Athen schickt eine Gesandtschaft unter Aeschines zu Philipp II. von Makedonien, um einen Frieden auszuhandeln. In Syrakus gelingt dem exilierten Tyrannen Dionysius II. die Rückkehr und Wiedererlangung der Herrschaft. Punkt. Wissenschaft und Technik Speosippos Ein Neffel Platons wird nach dessen Tod bis zum Ende seines Lebens Haupt der älteren Akademie in Athen. Aristoteles verlässt die platonische Akademie nach dem Tod Platons und zieht für zwei Jahre nach Kleinasien zu Hermias in Atheneus. Gestorben. Apollokrates, Politiker aus Syrakus, Hagnodorus, attischer Bürger oder 355 v. Chr. Eudoxos von Knidos, griechischer Gelehrter, oder 348 v. Chr. Platon, griechischer Philosoph. Untertitelung des ZDF, 2020